Musik verbindet Menschen, Emotionen, Gefühle, egal welche Geschmäcker man trifft. Musik ist einfach ein Mehrwert im Leben. Gute Musik muss einfach auch den entsprechenden Rahmen haben. Das heißt, gute Lautsprecher, eine gute Anlage. Leute, die sowas kaufen, die lieben Musik auch, so wie wir. Und die machen halt eine Freude, und das freut einen selber auch, natürlich. Musik ist eigentlich eine Sache des Gefühls. Also eine Sache, die Gefühle ausdrückt oder die Stimmung ausdrückt, für mich. Musik ist für mich Entspannung, Gefühl, sehr, sehr wichtig in meinem Leben. Lautsprecherbau ist und bleibt immer etwas Faszinierendes, weil, was der Manfred Diesler dich zum Beispiel macht, es gibt immer wieder neue Entwicklungen, die mich auch immer wieder überraschen, dass es einfach noch weitergeht. Kleine Dämpfungselemente, Doppelkorbkonstruktion, entkoppelte Lautsprecherterminal, entkoppelte Frequenzweichen. Das Wunderbare an diesem Material ist, es besteht zu 85 Prozent aus Luft. Zum Teil ist eigentlich nur im 3D-Druck realisierbar. Musik Wir sind hier im Sauerland ansässig, produzieren als Manufakturbetrieb, weil wir eine fast 35-jährige Historie hinter uns haben, die hier im Sauerland wirklich in Brilon begann und die wir hier unbedingt fortführen wollen. Musik Ich denke mir immer, wenn ich so einen Lautsprecher anfange, dann baue ich den auch so, als wenn ich ihn für mich selber bauen würde. Also, wenn ich ihn bei mir im Wohnzimmer aufstellen würde und mir dann denke, der muss perfekt klingen, der muss perfekt aussehen. Wir konzipieren unsere Lautsprecher generell so, dass man nicht nur für die ersten fünf Minuten beeindruckt ist, sondern dass man völlig entspannt Musik hören kann. Am Ende des Tages geht es natürlich um die Musik. Es geht um Musik so wie in einer Live-Situation zu erfahren. Dafür entwickeln wir Lautsprecher für echte Musikfans, für echte Musiklovers. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.